Sie werden nun die Funktionsweise einer Anlage zum Wasserstrahlschneiden kennenlernen. Zuerst wollen wir den offenen Ölkreislauf betrachten. Das Öl wird mithilfe einer Pumpe angesaugt und durch ein Wegeventil dem Druckübersetzer zugeleitet. Im Druckübersetzer wird der durch die Pumpe erzeugte Öldruck auf einen Stufenkolben übertragen, der den Druck entsprechend dem Flächenverhältnis des Kolbens im Wasserkreislauf erhöht. Ventile verhindern dabei einen Rückfluss des verdichteten Wassers. Wie Sie bereits bemerkt haben, wird durch die Übertragung des Öldrucks auf den Stufenkolben im Druckübersetzer Wasser angesaugt. Ist das gesamte System mit Wasser gefüllt, dann wird, je nach dem Verhältnis der Flächen des Stufenkolbens im Druckübersetzer, das drucklos angesaugte Wasser durch die Bewegungen des Stufenkolbens auf den eingestellten Arbeitsdruck verdichtet. Ventile verhindern dabei einen Rückfluss des verdichteten Wassers. Die von den diskontinuierlichen Kolbenbewegungen hervorgerufenen Druckschwankungen in der Hochdruckleitung werden in einem Druckspeicher geglättet. Die Hochdruckleitung führt das Wasser nun über Wendeln, durch die eine Abstandsverstellung zwischen Werkzeug und Werkstück möglich ist, bis zur Düse. Diese hat einen Durchmesser zwischen 0,1 und 0,6 mm. Durch die Düse wird die im Wasser gespeicherte Druckenergie in kinetische Energie umgewandelt. Es bildet sich ein Freistrahl, der zum Schneiden eingesetzt werden kann. das Wasser ist ein Freistrahl. Laureenди, Pläne, Pläne. Vielen Dank.